hallo zur ersten ko runde der spiel des jahres ko challenge von abenteuer brettspiele ja die erste vorrunde ist ja vorüber am fünften märz habe ich den ersten artikel veröffentlicht und ja jetzt zum zeitpunkt der aufnahme ist gerade sozusagen die abstimmung abgeschlossen worden und ihr könnt in der vorrunde nicht mehr abstimmen und es haben wirklich sehr sehr viele leser von abenteuer brettspiele teilgenommen insgesamt haben über 800 personen ihre bis zu fünf stimmen abgegeben über 3500 stimmen wurden ja für die insgesamt 42 spiel des jahres preisträger die es bisher gab ja abgegeben und hier seht ihr das ergebnis der vorrunde der runde 1 der spiel des jahres challenge es ist ja so dass ich eigentlich ein ko system machen werde ab runde 2 wird es auch ein ko system geben das heißt es treten immer zwei spiele in einer abstimmung gegeneinander an und nur das gewinner spiel kommt halt in die nächste runde das funktioniert aber nur bei entsprechenden spiele zahlen also 16 32 wie man das halt von ko runden beim fußball etc kennt das 42 spiel des jahres preisträger bisher gab musste ich halt so eine kleine vorrunde machen wo zehn spiele ausscheiden ja und die zehn spiele sieht man hier unten das sind also die spiele die die wenigsten stimmen bekommen haben man hätten noch am nächsten dran mit 18 stimmen aber da ist schon auch eine ja eine ein unterschied von acht stimmen zum nächsten zu loretto dem 32 spiel quasi das ist gerade noch so in die ko runde geschafft hat also diese acht titel fokus niagara will der paletti dampfrost torres barbarossa und die rätselmeister drunter und drüber um reifenbreite mississippi queen und man hätten haben es nicht in die ko runde geschafft aber dafür die anderen titel und man sieht natürlich hier oben auch schon es werden auch viel mehr stimmen das sind natürlich teilweise bekannte und sehr erfolgreiche titel bis heute und dann kann man schon mal ein bisschen ablesen was denn so die favoriten sind aber da ist noch nichts gesagt denn wie gesagt die spiele treten ab jetzt immer in duellen gegeneinander an und da möchte ich mal sehen wenn dann wirklich ein also die bekannteren spiele gegeneinander antreten und die populäreren wer dann wirklich weiterkommt wir werden sehen das war auf jeden fall eine sehr spannende geschichte hier sieht man auch 809 teilnehmer insgesamt und ja in der zweiten runde in der ersten ko runde sozusagen geht es jetzt weiter mit 32 teams und dafür nutze ich das tool auslosungstool.de das ist halt ein ganz nettes tool hier kann man den spielmodus einstellen zum beispiel eine karo eine ko runde habe ich jetzt nur eingestellt man könnte auch komplett schon quasi eine gruppe simulieren oder die spielpläne aufstellen und man könnte schon eine komplette ko runde bis zum ende bis zum finale durch simulieren aber das möchten wir nicht jetzt habe ich hier die teilnehmerzahl auf 32 habe hier die 32 titel die es halt in die ko runde geschafft haben rein kopiert schon sieht man auch hier unten dass die ja schon drinnen stehen und wir erstellen ein spielplan nur eine ko runde ohne rückspiele und ja die auslosung starten möchte ich jetzt und das würde ich so machen dass ja nach und nach die duelle angezeigt werden so kann ich zwei drei worte jeweils dazu sagen und ihr könnt dann jetzt unter dem video im artikel der zweiten runde auf abenteuer-brettspiele.de könnt ihr dort für die insgesamt 16 duelle eure stimme jeweils abgeben ihr habt dort bei jedem duelle natürlich nur eine stimme das heißt für eines der beiden spiele müsst ihr euch entscheiden und das läuft dann wieder bis donnerstag bis nächsten donnerstag also wieder eine woche und dann entscheidet sich welche spiele ins achte finale der spiel des jahres ko challenge einziehen so dann wollen wir mal starten mit der auslosung und dann geht's los schauen wir mal heimlich und co von 1986 ja doch auch ein klassiker und ein sehr altes spiel gegen kind und kinderbilder von 2012 mal schauen es sind auf jeden fall zwei die jetzt nicht sonne favoriten sind dominion allerdings gegen alhambra auch ein sehr beliebtes spiel beide sehr beliebt das wird spannend sagaland auch ein sehr altes spiel von 82 gegen asul da sind ja liegen ja fast 30 jahre dazwischen fast 40 jahre dazwischen asul auf jeden fall einer meiner favoriten pictures der aktuellste preisträger gegen dixit mal schauen das sind auch zwei sehr visuelle spiele just one von 2009 gegen kältes oh hier würde ich ja dann doch eher auf just one treffen tippen was doch sehr populär ist shell com scrimmende kabinet von 1985 gegen kakas und kakas und ist natürlich einer der großen favoriten und jetzt kommt die siedler von katan der die meisten stimme in der vorrunde bekommen hat gegen king domino ja auch jetzt gar nicht so alt das king domino vielleicht hat es da ein paar chancen aber die davon klaren wird wohl weiter kommen tonne taxis gegen hase und igel ja auch nicht die absoluten favoriten der erste spiel des jahres beiträger hase und igel rumikup gegen quirke auch das sind aber zwei außenseiter würde ich fast sagen tikal gegen auf achse ja auch hier die frage wobei tikal ist auch gerade durch die neuauflage natürlich wahrscheinlich auch schon populärer ist mir auch besser gefällt codenames gegen cold express oh die zwei spiel des jahres nachfolge sozusagen aus zwei nachfolgenden jahren hanabi gegen camel up auch zwei spiele die quasi nacheinander spiel des jahres geworden sind hier würde ich auch camel up bevorzugen adel verpflichtet von 1990 gegen el grande ja einer der glaube der komplexeste spiel des jahres titel bisher elfenland von 1998 gegen scotland yard naja scotland yard auch heute noch bei vielen beliebt aber auch elfenland durchaus soloretto von 2007 gerade so reingeschafft in die ko runde gegen café international oh das wird auch spannend und zug im zug einer meiner absoluten favoriten gegen blaff blaff ist natürlich auch ein spiel was ich heute auch noch sehr sehr gerne spiele muss ich sagen natürlich die neuauflage aber es ist dann bei uns so ein aufwärm spiel wenn dann mal wieder spielerunden stattfinden ja spannende duelle muss ich auf jeden fall sagen am schwersten wird es vielleicht fast hier oben bei dominion gegen alhambra zwei spiele die auch bis heute noch viele viele fans haben da bin ich mal durchaus gespannt wie das wird ja ansonsten ja die siedlung von katan gegen king domino ist zwar relativ neu king domino aber da würde ich auf katan auch setzen codenames gegen codexpress ja ich mag codexpress auch aber ich sag mal codenames ist natürlich doch eine franchise und mittlerweile mit so vielen titeln die dann auch sehr sehr beliebt ist was haben wir dann noch ja also auf jeden fall spannende duelle auf jeden fall bei einigen gerade so bei den titeln die halt nicht so die absolut meisten stimmen in der vorrunde bekommen haben dann durchaus spannend zu sehen welche davon weiterkommen werden in nächster runde ja das war die auslosung für die erste ko runde im spiel der in meiner spiel des jahres ko challenge das 16 finale sozusagen obwohl man das ja nicht oft so sagt ja ich freue mich wenn ihr zahlreich wieder abstimmt bei den einzelnen duellen und mehr infos dazu findet ihr wie gesagt auf abenteuer-brettspiele.de dort der aktuelle artikel für aktuelle runde und dort erfahrt ihr unter anderem auch ja was ihr gewinnen könnt wenn ihr ja hier teilnehmt bis dann